Hallo, so, hallo Elektronik, das ist jetzt hier Update Nummer 2. Ich habe jetzt hier die Schaltung intern, die von Stefan ist, dieser Sender, den habe ich totgelegt. Dennoch, Standby, 8 mA. Dann, wenn ich jetzt hier anmache, willkommen zu Digitalradio, DFL Kultur Connecting. Dienst nicht verfügbar, aber es ist an. Das könnte theoretisch gehen, Moment. Oh, Deutschlandfunk. Volle Lautstärke. Ist auch nicht sehr laut. Bevor ich einen anderen Sender finde. Nova. Nova. So, ich mache mal wieder runter. Also, es nimmt trotzdem über 100 mA auf. Und wenn ich jetzt, ich hoffe, man kann es nachher sehen. So, Standby steht auch. 8 mA. Wieder an. Das ist wieder da, aber jetzt mache ich mal FM. Enjoy. So, ich hoffe, da kriege ich jetzt kein Ärger. Das war eben volle Kanne auf, aber Lautstärke runter, so ein 117. Noch ist das Display hell. Ja, meine Uhr klingelt auch. So, jetzt geht das Display runter, das ist jetzt gedimmt. Und dann sieht das so aus. Also, es nimmt schon ziemlich viel Strom. Kann man schon sagen. So, jetzt habe ich jetzt wieder auf Standby. Das ist 8 mA. Also, direkt aus gibt es hier wohl nicht. Es gibt auch keinen Direkt-Ausschalter. Habe ich keinen gesehen. Vielleicht gucke ich auch gleich nochmal rein. Oder zeige ich dir nochmal gleich, wie das von drinnen aussieht. So, da bin ich nochmal. So sieht es jetzt von drinnen aus. Das da hinten in der Ecke, das kann man jetzt nicht sehen. Das ist vom Stefan, das hat er selber gemacht. Hier ist die Mittelwellen-Antenne. Spannungsversorgung habe ich echt abgelötet. Es ist noch dran. Es hat immer noch 8 mA. So, ich habe keinen direkten Ausschalter, nichts. Das geht hier wirklich digital-Kram. So, die Lampe liegt da hinten. Die ist ganz schön hell. Jetzt sind sie wieder 114. Mal gucken, wie weit sie runter dimmt. So, dimmt ein ganzes Ende runter. Also, da ist jetzt ein bisschen was zu sehen. Wie gesagt, jetzt nimmt er nur 105 mA. so, das war wieder aus. Das war nämlich eben volle Lautstärke. Jetzt gehe ich, nee, nicht Standby. Wieder an. DHB. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast. Ich hoffe, das gibt hier keinen Ärger. Machen wir mal gleich wieder aus. Also, es nimmt schon ordentlich Strom. Gut, ich hoffe, du kannst was mit anfangen.